Ja, hallo, hier sind Muho und der Dirk aus dem Wolkentor. Hier haben wir gerade unser erstes gemeinsames Session in diesem Jahr beendet. Und morgen geht es weiter mit dem Kloster-Session. Eine Woche und dann das nächste Wochenende nochmal drei Tage. Leider alles schon ausgebucht, aber nächstes Jahr werden wir das wiederholen. Und nächstes Jahr sind wir auch gemeinsam in der Schweiz, im Felsentor. Wie war das, der Schien, drei Tage? Also das Erste, was ich ja gesagt habe, dass ich mich freue, dass wir Muho wieder der artgerechten Bestimmung als Zen-Lehrer zugeführt haben, weil ich hatte ja schon Angst, dass er Softwareentwickler für Chat-GPD wird. Aber diesmal hat er zwar auch viel erzählt und viele Sachen kannte man ja schon endlich mal was gesagt. Aber er hat auch viel in sich geruht. Und ich glaube, er ist ein bisschen zur Besinnung gekommen und ich habe ihn so durch bestimmte Impulse wieder auf Spur gebracht. Und die Leute haben das nicht gemerkt. Also die Kontinuität, die existiert jetzt wieder weiter. Und weißt du, was ich meine? Ja, also bei mir ist es umgekehrt. Letztes Jahr war es ja schwierig, dich mehr als fünf Minuten zum Reden zu bringen. Und dieses Mal warst du ja teilweise gar nicht mehr zu stoppen. Ja, ein kleines Wackerbäuchchen. Da hast du ja jetzt so in der Schwurbelei dein Element entdeckt. Wir haben uns ausgeglichen. Du bist immer in die Stille gegangen. Ja, weiß nicht. Also vielleicht Gelegenheit, sich nochmal zu bedanken bei den Teilnehmern. Und bei der Martina, die Jiggy ist, die jetzt hinter der Kamera steht und die auch ab Montag wieder Jiggy sein wird und uns auf dem Tablett sozusagen immer vor sich her trägt. Wenn wir beide nicht mehr wissen, was wir zu tun haben, dann fragen wir immer die Martina. Und die Maya war Tenso. Also der Tenso ist ja auch ein wichtiges Amt bei so einem Sesshin. Und manchmal, wenn man Tenso ist, dann wünscht man sich, man könnte lieber Sazen machen. Und die Leute, die Sazen machen, die sagen, der Tenso hat es ja gut. Der steht in der Küche, während wir hier Schmerzen haben. Keiner bedankt sich beim Tenso. Aber ohne den lief es nicht. Ja, hast du irgendwas, was du sonst noch mitteilen willst? Also mir auch nicht. Der Kopf ist leer. Wir haben nur jetzt überlegt, dass wir jeden Tag so ein ganz kleines Video machen. Genau. So als Begleitung für die, die nicht dabei sein möchten. Wir untermalen das durch die Prozesse. Vielleicht könnt ihr sehen, wie der Prozess des Sessions vonstatten geht. Also ein bisschen hinter die Kulissen. Hinter die Kulissen. Und genau. Bei uns beginnt jetzt eine kleine Aftershow-Party erst mal, bevor es morgen weitergeht. Okay. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Ja, also guckt vorbei. Wann wir genau die Videos dann hochladen werden, müssen wir uns noch überlegen. Also bei mir um sechs Uhr morgens kommt ja immer was, aber vielleicht am Nachmittag oder so. Hinter den Kulissen des Wolkentors. Dann wird es zugucken. Und guckt auch im Wolkentor-Kanal vorbei, wenn ihr das auf meinem Kanal anguckt. Da seht ihr auch immer was. Beim Gemüsebauern hat man dich auch gesehen vor ein paar Wochen. Aber in letzter Zeit hast du wenig gemacht. Ja, wir waren jetzt Sommerpause. Jetzt sind wir wieder jede Woche was machen. Du warst im Urlaub. Kannst du ja auch irgendwie Dirk am Strand oder sowas machen. Ja, das hatte ich auch vor. Aber das war der Nee. Das habe ich dann noch nicht gemacht. Das wollen die Leute ja immer sehen irgendwie. Wenn du nicht den Sennmeister mit diesem Letzchen da raushängen lässt. Und so auf dem Motorrad fahren und so. Genau, genau. Also gestern waren wir im Kino. Also nach dem Session oder als teiloptionales Programm vom Session. Und da warst du wieder Easy-Riders-Stil zu sehen auf dem Motorrad. Und das war, da gibt es einen Kurzfilm, also einen Filmemacher von der TU München. Der hat ja einen Film gemacht vor zwei Jahren. Und hier hinterm Wolkentor fährt ja so ein Zug lang, so ein Güterzug. Und das war so der rote Faden dieses Films. Das war ein Kurzfilm. Der hat auch in Leipzig beim Kurzfilm-Festival den ersten Platz gemacht. Der kommt wahrscheinlich irgendwann nochmal im Fernsehen. Und die beste Szene, wo eigentlich das ganze Kino gelacht hat, war, als ich so vor dem offenen Fenster in der Sendo hier sitze und direkt neben uns, neben der Sendo, fünf Meter weiter, fährt dieser riesen Güterzug vorbei. Das war ein cooles Bild. Ja, das habe ich so aus der Perspektive noch nicht reflektieren können, aber in dem Film schon. Ja, das war toll. Da waren wir gestern Abend. Und alle Session-Teilnehmer, alle 30 Leute sind mitgekommen. Hatten wir noch einen schönen Abend. Das war ja jetzt ein mildes Talk-Session. Das Format war mal ganz herzlich so. Morgen geht es intensiv weiter. Vielen Dank.